herr herr und herzlich willkommen zurück liebe wolfsbrudis wir müssen jetzt noch die anderen spirituellen kräfte finden also müssen wir mal gucken wo wir als nächstes hinten gehen ja das heißt wir gehen hier auf jeden fall mal raus was war das war das ziel genau schmizile bösheit genau dann gucken wir mal ob wir jetzt zur brücke können oder ob das immer noch sperrgebiet ist zack weil wir sind jetzt wieder ein ticken stärker geworden und es würde für mich bedeuten dass das hierfür nicht recht okay schade 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 die aussehen noch mal eingelaufen ja ja ist gut wir haben es gerafft wir haben es gerafft so wo können wir noch hinreisen haben wir nicht noch eine ganze große karte westungsschlucht können wir noch mal probieren wo ist denn die hier zur westlichen schlucht aber das wird höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren auskommen darauf an welche domäne das war bis alt hell darf es war wo hell darf haben wir ja glaube ich gesehen da war das hier ja nicht gesehen aber hier war das shop aber hier steht auch noch rum in der nähe und es ist zu schwer für uns okay am besten karte ich jetzt einfach raus und ich suche in der zeit wo es wir hin müssen das ist doch mal was das hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja doch, oh Gott, das ist auch zu schwach, das war es nicht da, das wäre es jetzt gewesen, aber ok, das wehrt auch ab, oh Gott, ok, die kriegen wir in einer Kombo down, wenn wir genug Punkte hätten, sehr schön, da haben wir gerade geschickt ausgewichen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, so, noch mehr Gegner, so langsam reicht es doch, obwohl die war noch, glaube ich leicht, die waren doch nur so, genau, aber die waren nervig, glaube ich, ah gut, die sind auch dagegen schwach, das ist echt der praktische Schadengriff, schöner AOE, macht gut Schaden, und kostet nicht so viel, sehr schön, was sagen wir, was auch immer ihr macht, ihr seid jetzt auch Geschichte, nochmal so ein Ogre, müssen wir sogar zwei, ok, der geht jetzt aber schnell down, das macht halt aber auch abartig viel Schaden, ah, das war's, Carl Siedmontor, Wind Dringen, Florici, Flo und Erdringen, Rose, Kampftalente, Rose führt zwei Deutsche und verwirrt ihre Feinde mit schnellen Angriffen, sie zeichnet sich durch ihre besondere Fähigkeit aus zwei Waffen auszurüsten, was sich wiederum für eine, für deine Fusionsplanung aus, auf deine Fusionsplanung auswirkt, sie ist eine sehr energisch, oh Gott, energische Kämpferin, was sich an ihren, doch verborgenen Arters, mit denen man Fallenstellen, sowie Fallen und Flugkommus aussetzen kann, zeigt, hat man gemerkt, die Kunden erdauernd immer wieder springen und springen und springen. Uso Nice, gedämpfter Klang, ist das, ist das eine Art, ja? ist das vielleicht Flamberger, ach sie hat ja auch was gelernt stimmt, Flamberger kann sie jetzt und Erdrevolution wie auch was sie schon eingesetzt hat, okay oder war das ein Titel Ausrüstung, Rose auch nicht na gut, dann lassen wir das halt so stehen oder ist das einfach eine Waffe, die um eine Geschlechter ist, okay grausige Jagd durch auch auch kein Angriff auch kein Angrifferhöhung und die macht das auf jeden Fall besser dann kriegt sie das, oh ne, kriegt sie nicht, weil leider das hat aber die bekommt sie auf jeden Fall okay, und das war's so, und jetzt würde ich sagen geht's wieder wie vor und weiter vielleicht auch nicht gecuttet, sondern verschnellert, mal gucken wie ich lustig bin und dann auch das war's so, ich So, ich habe meine Nebenmissionen gefunden. Die machen wir auch gleich mal und was ist denn jetzt der aktuelle? Ich glaube, der hier. So, wir laufen erstmal davon weg. Nice! Und zwar ist es die Nebenmissionen mit den kleinen Kindern. Genau. Genau. Was ist der König? Nein, es ist nicht der König. Es gibt keinen Grund dafür. Also, wer ist das? Es ist gut, du bist der König! Du hast gesagt. Du bist der König. Wie ist das? Der König! Der König! Der König! Wow. Widersteht ziemlich viel. Warum darf ich nicht Laila? Ich will Laila, verdammt. Oh Gott, der Gegner ist jetzt schon nervig. Oh, ich weiß zwar nicht, warum ich plötzlich so viel SA bekommen habe, aber es soll mir recht sein. Verdammt, ich hätte gerade irgendwie irgendwas drücken müssen, glaube ich. Wir haben auch noch Artists, die wir nur machen können. Ups. Hier, nicht. Ah, nee, es hätte Rose machen müssen dann. Hier, und zwar, war das nicht das Jagdleuchten? Nee. Ach, hat sie nicht. Er hätte es leider jetzt machen müssen, oder? Miklio? Okay. Sehr unwahrscheinlich, dass er das konnte. Ah, wechsel doch mal zu. Dezel, der ist besser. Kann ich auch. Aua. Nach viel zu viel hat er ja nicht mehr. Hui, war ganz schön knapp. Okay, nice. Ich hoffe, es war nicht noch auf Fleisch gestellt. Aber... ... von vorhand, aber ich glaube schon. Ja. Ja. Das war's für heute. Ich bin nicht der Fall, aber ich habe keine Ahnung. ... 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 Ja, der Grund ist, was der Grund. Was gab es für den Häusern? Sie haben ihn getötet. Wir haben ihn mit ihm gesagt, wie gesagt. Sie haben ihn? Sie haben ihn getötet? Was ist das? Wenn ich mich über das Zoll-Tabeln überrasch, dann habe ich meinen, dass ich mich so gut machen kann, und wenn ich mich so richtig was, dann bin ich. Wenn ich so richtig gewinnt, dass ich mich sehr gut gewinnt. Ich habe mich so richtig gewöhnt, dass ich mich so gut ausführen kann. Ich habe mich so gut gemacht, dass ich mich nicht damit mache. Wer ist das? so it's ein 話話はリーダーがしてたし 俺は馬鹿だし でも 信じたんだ 普通の仕事につけたの 嬉しかったから 突然 証拠は消すって あいつの傭兵が みんなを 証拠は消す 俺が Eine Kugel. Eine normale Kugel. Eine Kugel. Eine Kugel. Eine Kugel. Eine Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, interessant, interessant Okay, nice Hier haben wir aber nix mehr anscheinend Dann teleportieren wir uns doch direkt raus Und ich würde sagen, wir speichern nochmal Und schneiden dann mal wieder Oder spulen, je nachdem Weil ich sie immer nicht weiter gefunden hab Hm Und ich sage, dass ich sie nicht schiefst Und ich sehe, dass ich sie nicht schiefst Weil ich nicht schiefst Ich denke, dass ich sie nicht schiefst Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich wollte nochmal versuchen, gegen das Vieh zu kämpfen, bin aber kläglich versagt, aber ich habe gesehen, hier ist noch ein Weg, den wir gehen können. Und ja, vielleicht führt uns der ans nächste Ziel, mal gucken. Auf jeden Fall dachte ich, ich nehme hier mal wieder auf, damit wir gemeinsam erkunden können. Das heißt, ich nehme mal auf, ich schneide es ab hier nicht mehr. Was sind wir denn jetzt? Boss Ruin dort im Westen, okay. Mir kommt man das jetzt sehr bekannt vor. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das würde mich riesig freuen, dann können wir mich mal wieder gegen den Wolfsbrug antreten. Nochmal speichern, nutze Sicherheit. Dann kann ich mich jetzt auch überall hin teleportieren. Nein, kann ich nicht, wo ich gerne hätte. Ups, falsche Taste. Auf jeden Fall können wir jetzt hier die Sachen zerstören. Und nochmal auf die Map gucken. Ja, genau. Und zwar müssten wir jetzt wieder im Ersten Königreich sein. Vielleicht können wir jetzt auch, oh Gott, ich weiß gerade den Namen. Auf jeden Fall Darmensee war die Stadt. Ob jetzt die Kaiserliche Armee auch so hieß. Oder Kanzler, auf jeden Fall Kanzler war er hier. Oh, da haben wir nochmal einen. Okay. Ich habe übrigens bei dem Kinderkampf auch vielleicht noch stehen gehabt. Was mir sehr leid tut. Aber was soll ich machen? Jetzt ist es halt zu spät. So, und nicht wundern, wir eröffnen jetzt ja hier die Dinger. Aniger Trank. Das wäre ja zu leicht. Das wäre ja zu leicht. Das wäre ja zu leicht. Das war's für heute. Ich glaube, es gibt viele Leute, die in meinem Leben sind. Sollte... Ich kann nicht sagen, dass es nicht so ist. Es ist leider nicht so. die Truhen wieder refilled werden. Okay, machen wir hier auch mal die Abkürzung auf. Zack und gehen jetzt hier rein. Falken Wing Hung. Das hatten wir glaube ich schon. Ja, Elemente und Werte. Typ, typ. Das war die Stadt von Edona. Genau. Wir hatten sogar eine Geschichte. Ich würde nicht sagen, dass es nur nur die Wahrheit ist. Ich weiß es nicht. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Hier haben wir unseren ersten Normen ja gefunden. Okay, sieht eigentlich ganz friedlich aus. Dann können wir ja wieder gehen. Und auf der einen Seite war doch... Oh, cool neues Gras. Gras. Mal hinten nämlich doch einen Helion. Den können wir doch versuchen Platz zu machen. Oh, und eine neue Schatztruhe. Und der vorab und zwar der Nachteil ist, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wie lange dieser Part überhaupt geht. Ich nehme jetzt zwar schon 32 Minuten Kommentare auf, sage ich mal. Aber ich kann nicht sagen, das ist ja ein Speicherbund in der Nähe. Nein. Oh, komm, wir versuchen es trotzdem. Na gut, oder? Erstmal gegen... Okay, die sind jetzt alle One-Hit. Freue mich natürlich. Und wie sieht es jetzt mit dir aus? Du bist Level 19. Den könnten wir sogar besiegen. Und ich habe nicht mehr auf leicht. Wohlgemerkt. Oh, der macht immer noch einen Haufen Schaden. Das war jetzt leicht unfair. Das war jetzt unfair. Der hat nicht mehr viele Leben gehabt. Also nochmal hin. Und diesmal wieder bitte richtig einordnen. Danke. Und du nimmst jetzt Edna mit. Und Edna ist da praktisch, weil dein Schwachgegnis. Und dass du das sagst. Ach, das war jetzt noch mal alles einzusammeln. Ach, jetzt gehört das nochmal alles einzusammeln. Nicht, dass wir nochmal platt machen müssen. Aber es war so unfassbar knapp. Es war so unfassbar knapp. Irgendwas verrasch? Er wird ein bisschen. Also nicht schwach, aber wir haben dadurch schon mal einen Schaden zufügen können. Jawoll, geht doch. Das heißt, die Wolfsruhe kriegen wir das nächste Mal auch hin. Das ist nicht locker. Und eine anormale Kugel. Und Edna und Rose haben ihre Titel vertieft. Okay, das passt. Und das passt auch. Okay, nice. Höllentor hört sich eigentlich nice an. Oder lernt er das auch. Wir laufen mal direkt weiter, damit wir der Story fortfahren können. So, die Schatzhunde haben wir jetzt mit, wenn wir hier sind. Durch die Kugeln haben wir jetzt hundert mehr Leben bekommen. Ach, guck mal, wer da steht. Ganz einsam auf dieser Brücke. Also, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber das war's. Alicia! Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht. Ich habe mich überrascht, Alice. Ich habe mich überrascht, Alice. Rose hat mir geholfen. Sie haben mich überrascht? Alles klar, es ist nicht so schlecht. Ich glaube, es hat sich überrascht. Aber ich glaube, Rose hat sich überrascht. Ich habe mich überrascht. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Bestimmt. Easy peasy. Wow. Unser nächstes Missionsziel ist die Brücke überlaufen. Das haben wir natürlich. Mensch, ist das anstrengend. Hey, Alicia hat lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich überwiesen. 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 Ich bin gut. Ich bin gut. Ich werde dir helfen. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe das Wort. Ich habe mich nicht gesagt. Ich habe mich mit der Sprache gesagt. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann, aber ich weiß nicht, dass ich mit Mikulio verletzei bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Hahaha, ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Okay, ich gehe jetzt. Sie sind alle gut. Also, Alicia. Tschüss. So, gucken wir mal nochmal auf die Karte. Diesmal nichts, okay. Können wir uns mittlerweile jetzt hier teleportieren oder dürfen wir es immer noch nicht? Oh. Ich habe mich verstanden, denn ich habe einen Gelegenheit, den ich bin. Ich wollte mich wirklich, aber ich möchte mich nicht mehr überraschen. Aber ich hatte einen Gelegenheit, den ich nicht so überraschen. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich nicht so sehen werde. Ich habe mich gesehen, dass ich Ohne Srei-san ... Ja. Und das ist das? Jetzt? Ich habe das nicht geholfen, oder? Nein, das ist wirklich nicht. Tja, wir können hier wieder teleportieren. Ist das nicht schön. Eingang der Galahad? Ui, ne. Ich glaube das ist im großen Morgenfälle. Ich glaube da geht es auch weiter. Dass wir auf jeden Fall die Armee wie wir gesehen haben. Aber hier wollte ich auf jeden Fall den Wolfsbrutti angreifen. Auf jeden Fall geht es da rein. Ja, gut. Hallo Wolfsbrutti. Zack. Ach ja, den sollten wir hinkriegen. Hopp, erstmal der, der ist One-Hit. Zack. Und zack, zack. Ich glaube, dass wir die größte Kraft haben. Das ist so, dass du auf Laila gehst, weil das Problem ist für dich, Aetna. Aber egal. Und unser Wolfsbrutti ist besiegt. So, durch die Kugel können wir immer mehr maximale Leben, was halt sehr nice ist. So, ähm. Dann gehen wir nochmal in den Speicherpunkt und speichern. Und dann schließe ich euch noch schon mal an. Ich glaube, es ist ein Schiff. Das ist ein Schiff für die Fähigkeit. Also, du bist eine Alessia an. Du sagst mit einer Rolandse? Na ja... Du hast mich dann, mit ihm geholfen. Und du hast dich geholfen, was ich geholfen. Es gibt doch auch was, was du in der Kampf durch den Krieg zu gehen? Genau. Wir haben uns hier gewohnt. Wir haben keine Grund, warum sie mit ihm geholfen. Ja, genau, gut. Was vielleicht... Du hast nicht mehr als früher nicht als früher, aber... Was... Genau. So, dann speichern wir nochmal und gucken mal in die Höhle rein, ob wir da schon rein können, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn nicht, ja, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Und wenn ja, gucken wir, ob wir da direkt einen Speicherpunkt finden. Wenn nicht, dann drehen wir wieder um. Bzw. penne ich den Part. Zack. Okay, mit dem Wind können wir auf jeden Fall da durch. Ich dachte mir schon, dass das hier ist. So, ihr wahrscheinlich auch schon mit euch das gedacht habt. Bin ich mal auf Miklios Musik gespannt. Das war schon so, dass es nach Risiken nach unten genug ist. Aber jetzt hat sich das All's für. Wenn ihr euch dann mit euch auf Filmen da auch achet ihr Schildern, Das ist noch eine скere Schildern. Und wenn ihr euch jetzt hältst, wenn ihr euch fliehen. Und wenn ihr euch das mal verletzt, würdet ihr euch schon schildern? Und wenn ihr euch joint seid, die Leute ist. Das sind ein Schildern also. Das ist ein Schildern. Ich gehe jetzt nach oben. Und wenn ihr euch an Shakhtarien nach oben liebt ist, dann machen sie auch schon lange. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Problem, was er zu tun. Das ist gut. Das Problem ist, dass er die Begründung von Hyo-Mann ist. Das ist nicht nur ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Interessant... 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 Es ist okay, aber es gibt keine Angst, also... Ich habe keine Angst. So, ich hoffe euch hat es gefallen, wie ich das insgesamt bearbeitet habe. Also einmal die Mystic Art, so einblenden, weil sie lief nur im Schnelldurchlauf, sage ich mal. Und da jetzt kurz Pause machen und dann wieder normal und blub, blub, blub. Fand ich dann doch so mit den Einblenden viel besser. Und ich bin jetzt erstmal in mein zeitliches Limit gekommen, von der Musik her. Sprich, vom zweiten Mal spulen, sage ich mal. Da sieht man dann, dass das die Maximallänge ist. Weil, so wie es sich zum Schluss die Musik anhört, ist halt Ende. Mal gucken, ob wir es dann kürzer machen oder ob das... Ich glaube, es ist so als Maximallänge, wenn ich spule, eigentlich in Ordnung. Ich muss immer noch gucken, wie ich es danach kürzer mache, wenn ich etwas Längeres verkürzen möchte. Aber so hat es gerade perfekt gepasst, zum Glück. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Paar dabei seid. Miklio kann nämlich auch jede Hilfe gebrauchen. Schließlich müssten wir Suraya und dann ist ganz schön kompliziert. Also, es geht. Auf jeden Fall, wir sehen uns bis dann. Also bis dorthin... Tschülüün » Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018